Wie bei der 1er Staffel Mhm Hätte ich gar nicht gedacht Sind zwischendrin mal so 2-3 Folgen, die ziemlich öhlen sind, auch so ein Secht Siehst du, Enterprise ist die 2. Folge, das soll ich schon raus und zeigen können Vikings 19, glaub ich, auch schon Ich noch mal Guten Dank Rüber Oh, guck mal, guck mal, oh, oh Was ist das schön, ey? Also, du siehst in deinen diesen Tal, die Schnauze, dann komm ich rüber Komm rüber, komm rüber, komm rüber Komm rüber, Alter Komm mal ran, Junge Ja Was da ein Mida, ja Torsten Mach Ja Ja? Nein, nein. Wie? Kann man probieren. Werden wir nicht die Engines sein. Da werden die Papier gesetzt und die Gehung nicht so. Geh dort alleine hin, ne? La Cupera, oder? La Cupera, gehen alle Puzzle. Möglich. Einer ist genau bei mir. Oh, nee. Der geht, der dreht nach links ab. Einer ist vor mir, unter mir. Zwei. Ja, geht Craterfields. Rechts an der Halle los. Ich gehe rechts an der Halle. Rechts in die Halle? Kannst du in das mittlere Feld gehen, Fabi? In das Feld? Da geh ich in die mittlere Backsternhalle. Ja. Na, ist meine Markierung schon. Geh in die schule. Geh in die schule. Geh in die grüne Halle. Ja. Ja, komm. Geh in die Halle, VB. Jetzt ist zu spät. Ich geh hinter. Ich renne dann rüber über die Straße. Ganz hinter in die Halle. Sozusagen. Mach jetzt zwei gelbe Häuser, dass ich ein Wasser habe. Kann man durch da hin. Ja, kann man machen. Ich reiß das echt nicht. Top. Und mein Auto? Wer ist das? Bin ich. Ich. Genau. Stellt einfach mal ne Halle hin mit nichts drin. Und so geräumig. Dass man so schnell fertig mit Looten ist echt praktisch. Ja. Hat alles ohne Aufteile. Wenn man dann rauskommt mit Nüchten und umgepackt wird, dann hat man wenigstens Nüchten gehabt. Weißt du? Ja. Das war mega. Was irgendwann wieder in und săst nicht wieder fertig mit S. Ja. Not gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. kommt ein auto bin ich mini bei mir ja in meiner halle zwei minis brauchst du money oder hast du noch zwei helmen warst du in der halle schon oben genau weiter smg bitte Hier ist noch eine Mädie. Ich habe jetzt hier wieder nichts Licht. Ich habe jetzt hier wieder nichts Licht. Ich habe jetzt hier wieder nichts Licht. Ich habe hier noch 9er und 45er. 9er nehme ich noch ein bisschen, ich kann 7er drücken. Ich habe jetzt hier 7er. Ich, genau. Na, weiter das A ja oder S ja noch und Tippet. Nimm mich. Nimm mich beides. Achso. Habe ich. Habe ich. Leichtgewicht, Daumengriff, Rotpunkt, 3er Scope. Kann ich alles abgeben. 3er würde ich nehmen. Würde ich alles nehmen. Ja ich auch. Lass mal los. Ich bin eigentlich dafür. Kurz tauschen hier und dann weg hier. Also 3er brauche ich nicht. Ich habe noch ein Feuer und nochmal. Ich habe unten. Leg mal mein Zeug hierher ist noch ein 4er. Ich kann nicht mehr tragen. Ich könnte auch noch einen Geera abdrücken. Nimm mich. Nächster Eingang da. Nächster Eingang hier. Ich werde nur noch Magazin und G-Pad. Achso erweitert SMG hast du für B, ne? Knall hin. Dann weg hier. Check. Wenn da jemand gelbe Mund braucht oder grün Mund, was für den Zeit ist, hab ich erstmal Feuer gemacht. Benzin. Habe ich. Dann los. Ich habe alles auf Seiten gemacht, ja. Wisst ihr noch was haben, Archie, vom Haufen dort? Ja. Musst du mal hingehen. Hälte 3 gehen. Ketten rein. Achso du hast getankt. Kapiert. Vielleicht mal die Spritze. Fährst du 2 oder was? Hm. Okay, schön. Ja, Moni. Geh mir mal die Spritze. Gib mir mal die Spritze. Gib mir mal die Spritze. Gib mir mal die Spritze. Die haue ich mir rein und fahre. Da könnt ihr euch heilen. Gib ich dir mein. Ja, ich haue dir meine Packs. Na nehm ich. Die Packs kannst du die nehmen. Die liegen unter dem Auto. Geh, Han Solo. Oh, Handsome! Geh. Geh! Das war's für heute. Das war's für heute. Was für die Angst gehabt, du hörst uns nicht. Ich muss mal der Sache auf den Grund gehen. Der Sache auf die Eier gehen. Das war's für heute. Gute Leute Die Zoll platzfähig auf den Schlüssel Ja Ja Hier ist alles zu irgendwie, komisch weiss Auch die Häuser davor Wir sind weiter in den Stuhl Oder Insel Oder Insel Insel war ewig, ne? Das wär mal geil Ich weiß ja nicht Ja, die Innensteller in der Tür war mit dem Motivkontakt Verraucht ein Autorecht? Ja, übel Ich weiß ja nicht, das war Ich weiß ja nicht, das war's Ich weiß ja nicht, das war's Soll ich hinten rumfahren? Oder soll ich einfach reinfahren? Ich fahr hinten rum Ich fahr hinten rum Hahaha Süß VW, süß Echt VW, was soll denn das? Super, als ich bin Ja Nein Nee Ich weiß, warum ich schon mal Dann kommste mehr hoch Ging es denn ja längst hoch Hier so lang, dann kommt man da hoch Ja, gut Hier kommt man genau Jemand müsste auch auf den rechten Berg wo Archie ist, glaube ich Kommt man auf jeden Fall hoch, wo der Berg wo Archie ist, wo ist denn der? Vorne in dem Backsteinhaus oder was? Na, dort sind sie Betteln sich Oranges Haus vorm Backsteinhaus Gehen die Köse Runde beten wir das Chicken Genau Die haben alles gelootet und alles zugemacht für Chris Auto aus Oh, Backsteinhaus schießt Zweitens Fenster in die Mitte Sauber Oh Irgendwo von rechts Hinter uns, hat er ohne Auto gehalten? Ja, dann dran Ja, die haben nicht gesehen Backsteinhaus ist wieder oben drin Ganz rechts hinten ist wie drunter Gerade eh ne Treppe tiefer Jetzt ist er ganz raus Da kommt ein Auto Oh das ist weit weg Oh das ist weit weg Wie schießt du da irgendwas? Ich weiß nicht von wo Da oben auf dem scheiß Balkon Ich gehe die neben mir Bin ich oder? Soh ich Sicher Ich sehe die Logan Oder meinst du, die kommen aus 30, 20? Auto auf 330 Gut, fährt weiter nach rechts Links beim Körb ist noch interessant Da hinten auf 250, ganz weit weg Wir sind dann vielleicht unbemovend Mal sehen Verbehört schon recht, eigentlich jetzt Ja, ich wollte an die Ridge hier gehen Oder die hier Wollen wir hier fahren? Nein, wir faust den nächsten Mal Renteam, kraft dich Auto auf 20 an der Straße Sind hinter diesen drei großen Ronddinger Wer schmeißt denn das Wasser, Alter? Malte, wo schmeißt denn der hin? Mh Mh Weil, ob der den dann zu empfohlen Fahre los jetzt, oder? Habe, woher? Habe, woher? So, jetzt sind alle schon den Fünshorcht-Ford-Winkel ab, dampen wir hier mal mit der Strecule Irgendwie? Durch Schnee, ja. Hm. Schlecht ist die Hintikule hier. Siehst du die im Noten irgendwie, Archie? Nee. Ich höre sie zwar schießen, aber ich sehe sie nicht. Schöner Kuss. Der Herms guckt dir ne Herms auf der Kotte an. Mittel drin. Leg mich mal lieber hin. Gehen wir hier vor? Hier würde ich erstmal bleiben dann. Äh, ich sehe drei, ich sehe vier Mann. Drei, fünf, fünf. Laufen gerade an der Hütte links vorbei. Kommen in unsere Richtung gelaufen. Ja, ich sehe ein paar Köpfe, ja. Laufen rechts zum Strand. Kommt jetzt dann gleich ein Tuf weiter. Oh ja. Fünf. Stehen über die Straße, Junge? Ja. Ja, ja, die sind rechts am Strand. Vor uns. Auf den Köln. Oh, die schieb. Ich sehe den gar nicht. Könnt ihr die oben mal markieren? Oben. 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 Unterm Strand Richtung Norden. 400 Meter. Man ey. Drückt nicht rechts, aber. Ja. Ja. Hinter denen ist auch noch einer. Hinter denen ist auch noch einer. Hinter denen ist auch noch einer. Knock da in der Smoke. Knock da neben der Smoke links. Knock da hinten an der Hütte. Je nach fehlt. Ja, da ist in der Smoke drin. Hüfte platte hoch. Ich krieg von oben. Die andere Straßenseite. Ja. Von unter. Die rennen weg. Sind hinten bei dem mit der Hütte. Alle vier. Ich glaub ich hab vier Mann gesehen. Naja, einer ist nach unten. Richtung 5. Ich seh ihn nur nicht. Der ist außerhalb der Zone. Weil da kannst du mal schnell Richtung Süden gucken. Südwest. Der ist irgendwo unter Smoke down. Ja, du schießt irgendwie nicht. Aber schlägt mir da. 3550 unter dem großen Stein. Das glaub ich erinnert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab ihn hochrennt. Ja, der ist da unten auf 5. Ja, der ist da unten auf 5. Der unten ist genug. Der unten war schon mal da oben. Meiner Meinung nach. Unten ist tot. 27. Das gibt's sogar nicht. Ja, Mann. Der Kreis ist so klein. Ja, der ist gestorben. Einer ist auf 3.50 in der Smoke. Ich bin von einem anderen Team. Sehr geil. Ich bin gleich die nächsten jetzt. Hinter uns, Alter, nochmal gucken. Sehr gut. Ich bin dort. Ganz rechts kommt wieder einer. Open field. 5. Ja, seh ich. Ah, der muss laufen. Von uns aus VB 3.45, 3.50. Sehen wir, wo ist denn? Wo ist denn? Müsste außerhalb der Zone sein. Kommt hier unten auf 3.55. Okay, jetzt. Dürfen wir rechts eigentlich hier sein, oder? Oben muss was kommen. Hier irgendwo. NW, ne, NW. Wo ist denn das Team, was auf die losgegangen ist? Die müssen hinter dem Traktor hier liegen, oder was? Ich bin hinten in der Mitte. Ich bin hinten in der Mitte. Ab zu dir. Oben auf 205. Am Zonenrand. Von dem Berg runtergelaufen. Ja, sehe ich. Etwas bestimmt auch schon gesehen. Mh, da sind zwei Helle erst mal Und man geht mit der Gung Da ist noch einer auf Südwest Wenn uns was in den Rücken fällt, die schießen uns einfach in den Kopf, das ist ein bisschen nervig Du meinst von Mut? Wo wir hergekommen sind, wir hatten ja keinen Helm Mit dir los Die müssen ja auch über die offene Fläche, wenn die zu uns wollen Mh, da müssen wir bloß übelst aufpassen Elf Stück noch müssen Über Kreise, ein Team wird schon noch sein, dass sie zu uns haben Irgendwo da oben, VB Ja Du hörst schon noch, ich glaub nicht, dass die im offenen Strand, die werden oben lang gelaufen Denk ich Ich glaub nicht, dass die hier runter wie Frisch kommen Hinter dem ist einer, unter 240, dort liegt eine Leiche, hinter dem war gerade einer Der hat die Waffe gewechselt Ja Und sie hat nicht gewechselt Oder? Alter, nach 10, was müssen wir jetzt machen hier, die scheiße Arschi Was? Kommst du klar da drüben? Ja 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 Heil dich, heil dich Ja, ich seh ihn Heil dich, ich schiss Hab ich Den haben Baum genockt, oben drüber ist einer Der ist auf 2,45 von mir aus Ich guck mal rechts, rechts kommt was, der zielt schon auf mich Ok Das sind leider nie Rechts hab ich tot muss heilen noch noch einer alter der ist vor mir 305 der ist da oben das war ja einfach ja easy zwei kehlze ist ja nix so kann man es auch machen